Hast du eine Idee, was das sein könnte? Das ist ein mikroskopisches Bild einer Zwiebelhaut. Du siehst, dass sie aus kleinen, abgeschlossenen Räumen besteht, den Zellen. Bakterien, Pflanzen, Pilze, Tiere, du und ich, Alle Lebewesen bestehen aus mikroskopisch kleinen Zellen. Sie sind die Bausteine des Lebens. Jedoch gibt es Unterschiede im Aufbau der Zellen. In diesem Video schauen wir uns den Aufbau von Pflanzenzellen an. Betrachten wir diese Wasserpflanze, eine Grundnässe. Mit bloßem Auge können wir die einzelnen Zellen nicht sehen, denn sie sind viel zu klein. Wir vergrößern sie mit Hilfe eines Mikroskops. Die äußere Begrenzung jeder Pflanzenzelle bilden Zellwand und Zellmembran. Die Zellwand umgibt die Zelle. Sie verleiht ihr Stabilität und schützt das Innere. Sie ist hauptsächlich aus Zellulose aufgebaut, einem langkettigen Zucker. Aussparungen in der Zellwand ermöglichen es der Zelle, mit ihren Nachbarzellen in Kontakt zu bleiben und Stoffe auszutauschen. Diese Aussparungen nennt man Tüpfel. Direkt an der Zellwand anliegend befindet sich die Zellmembran, die bei Pflanzenzellen auch häufig als Plasma-Lämmer bezeichnet wird. Sie umgrenzt das flüssige Zellplasma, auch Zytoplasma genannt. Zellplasma besteht überwiegend aus Wasser und füllt das Innere der Zelle aus. Im Zellplasma liegen die Zellorganellen. Dazu gehören in einer Pflanzenzelle unter anderem der Zellkern, die Chloroplasten, die Mitochondrien und die Zellsaftvakuole. Zellorganellen sind Bereiche, die durch Membranen vom Zellplasma abgegrenzt sind und besondere Funktionen besetzen. Sie bilden eigene abgeschlossene Reaktionsräume. Diese Unterteilung in verschiedene Reaktionsräume nennt man Kompartimentierung. Dank ihr können verschiedene chemische Reaktionen in der Zelle gleichzeitig ablaufen. Die Zellsaftvakuole nimmt bei ausgereiften Pflanzenzellen meist den größten Platz innerhalb der Zelle ein. Sie ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die hauptsächlich aus Wasser besteht und als Zellsaft bezeichnet wird. Der Druck des Zellsafts auf die Zellwand sorgt dafür, dass die Zelle prall bleibt. In der Zellsaftvakuole werden zudem verschiedene Stoffe wie Farbstoffe oder Giftstoffe gespeichert. Die Giftstoffe dienen der Pflanze als Schutz gegen Fressfeinde. Der Zellkern enthält die gesamte Erbinformation. Er steuert sämtliche Vorgänge innerhalb der Zelle. Diese Zellorganellen heißen Chloroplasten. Sie kommen nur in pflanzlichen Zellen vor. Durch ihre grüne Farbe konntest du sie sogar im mikroskopischen Bild gut erkennen. Die Farbe wird ihnen von einem Farbstoff namens Chlorophyll verliehen. Chloroplasten sind die Orte der Photosynthese. Dies ist eine Stoffwechselreaktion, bei der mithilfe der Sonnenenergie der energiereiche Zucker Glucose entsteht. Glucose wird auch als Traubenzucker bezeichnet. In den Mitochondrien wird die Glucose umgewandelt, wodurch Energie gewonnen wird. Diese Stoffwechselreaktion nennt man Zellatmung. Da die Mitochondrien der Zelle wertvolle Energie liefern, werden sie auch als die Kraftwerke der Zelle bezeichnet. Pflanzenzellen unterscheiden sich je nach Funktion in Form und Ausstattung. Während beispielsweise die Zellen von Laubblättern besonders viele Chloroplasten enthalten, um mithilfe der Energie des Sonnenlichts Photosynthese betreiben zu können, befinden sich in Wurzelzellen nur sehr wenige bis gar keine Chloroplasten. Die äußere Begrenzung jeder Pflanzenzelle bilden Zellwand und Zellmembran. Durch Tüpfel in der Zellwand sind die Zellen miteinander verbunden. Das Zellplasma ist die Grundsubstanz der Zelle. Im Zellplasma liegen die Zellorganellen. Dazu gehören in einer Pflanzenzelle unter anderem die Zellsaftvakuole, die einen Zellinnendruck erzeugt und so dafür sorgt, dass die Pflanzenzelle stabil und prall bleibt. Der Zellkern, der die gesamte Erbinformation enthält und alle Vorgänge in der Zelle steuert. Die Chloroplasten, die Orte der Photosynthese, die in allen grünen Pflanzenteilen vorkommen. Und die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, die für die Bereitstellung der Energie zuständig sind. Zellen. Sie sind die kleinste lebende Einheit. Sie sind unterschiedlich, doch der Grundbauplan ist gleich. Und alle Pflanzen bestehen aus diesen kleinen Bausteinen. Den Pflanzenzellen.